hey leute ich bin's wieder mal auf und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute gibt es nur ein kleines info video es kam ja vorher schon ein anderes video hoch mit einem ganz normalen kartentrick aber das ist jetzt ein kleines info video und zwar zu dem thema card fight der card fight also die einzelne zeit für die videos ist ja schon am 31 12 zu ende gewesen aber ich habe viele nachrichten bekommen dass einige erst vor kurzem von dem card fight erfahren haben und deswegen möchte ich die einzelne zeit ein wenig verlängern das bedeutet ihr könnt jetzt immer noch videos einzeln für die die schon video hoch gelernt haben und meint es ist jetzt unfair oder so könnte ich natürlich auch verbessern das heißt wenn ich sagt ja mit dem ersten video war ich nicht so zufrieden dann könnt ihr gerne noch mal ein video einzeln und sagen dass ihr lieber das haben wollt für die die jetzt neu dabei sind und sagen hey ich möchte jetzt doch bei dem kaufelt mitmachen können gerne hier hinschalten da ist jetzt ein video wo alles erklärt wird wie wo was und dann werden auch die preise bekannt gegeben und die einzelne frist geht jetzt bis zum 6 januar das heißt ihr habt jetzt noch vier tage zeit um ein video zu produzieren um einzusenden also ich denke mal das genug zeit und ich würde mich natürlich freuen wenn noch mehr mitmachen würden und ansonsten sehen wir uns dann nächste woche wieder und ja ich freue mich auf eure einstellungen und ciao bis zum nächsten Mal